Die Welt als Wille und Vorstellung. Komplette Lesung. Gelesen von Volker Braumann. Woche für Woche. Ein Paragraf. Ein Paragraf. Zweites Buch. Der Welt als Wille erste Betrachtung. Die Objektivation des Willens. Vorangestelltes Motto? In uns wohnt er. Nicht in der Unterwelt. Aber auch nicht in den Sternen des Himmels. Der Geist, der in uns lebt, bewirkt das. Agrippa von Nettesheim. Epistole 5.14 Paragraf 17 Wir haben im ersten Buche die Vorstellung nur als solche, also nur der allgemeinen Form nach, betrachtet. Zwar, was die abstrakte Vorstellung den Begriff betrifft, so wurde diese uns auch ihrem Gehalt nachbekannt, sofern sie nämlich allen Gehalt und Bedeutung allein hat durch ihre Beziehung auf die anschauliche Vorstellung, ohne welche sie wert und inhaltlos wäre. Gänzlich also auf die anschauliche Vorstellung hingewiesen, werden wir verlangen, auch ihren Inhalt, ihre näheren Bestimmungen und die Gestalten, welche sie uns vorführt, kennenzulernen. Besonders wird uns daran gelegen sein, über ihre eigentliche Bedeutung einen Aufschluss zu erhalten. Über jene ihre sonst nur gefühlte Bedeutung, Vermöge welche diese Bilder nicht, wie es außerdem sein müsste, völlig fremd und nichtssagend an uns vorüberziehen, sondern unmittelbar uns ansprechen, verstanden werden und ein Interesse erhalten, welches unser ganzes Wesen in Anspruch nimmt. Wir richten unseren Blick auf die Mathematik, die Naturwissenschaft und die Philosophie, von welchen jede uns hoffen lässt, dass sie einen Teil des gewünschten Aufschlusses geben werde. Nun finden wir aber zuvörderst die Philosophie als ein Ungeheuer mit vielen Köpfen, deren jeder eine andere Sprache redet. Zwar sind sie über den hier angeregten Punkt, die Bedeutung jener anschaulichen Vorstellung, nicht alle uneinig untereinander. Denn, mit Ausnahme der Skeptiker und Idealisten, reden die anderen der Hauptsache nach, ziemlich übereinstimmend von einem Objekt, welches der Vorstellung zum Grunde läge. Und welches zwar von der Vorstellung seinem ganzen Sein und Wesen nach verschieden, dabei ihr aber doch in allen Stücken so ähnlich, wie ein Ei dem anderen wäre. Uns wird aber damit nicht geholfen sein. Denn wir wissen solches Objekt von der Vorstellung gar nicht zu unterscheiden, sondern finden, dass beide nur eines und dasselbe sind. Da alles Objekt immer und ewig ein Subjekt voraussetzt und daher doch Vorstellung bleibt. Wie wir denn auch das Objekt sein als zur allgemeinsten Form der Vorstellung, welche eben das Zerfallen in Objekt und Subjekt ist, gehörig erkannt haben. Zudem ist der Satz vom Grund, auf den man sich dabei beruft, uns ebenfalls nur Form der Vorstellung. Nämlich die gesetzmäßige Verbindung einer Vorstellung mit einer anderen. Nicht aber die Verbindung der gesamten, endlichen oder endlosen Reihe der Vorstellungen mit etwas, das gar nicht Vorstellung wäre. Also auch gar nicht vorstellbar sein kann. Von Skeptikern aber und Idealisten ist oben bei Erörterung des Streites über die Realität der Außenwelt geredet worden. Suchen wir nun die gewünschte nähere Kenntnis jener uns nur ganz allgemein, der bloßen Form nach bekannt gewordenen anschaulichen Vorstellung bei der Mathematik nach, so wird uns diese von jenen Vorstellungen nur reden, sofern sie Zeit und Raum füllen. Das heißt, sofern sie Größen sind. Sie wird das »wie viel« und »wie groß« höchst genau angeben. Da aber dieses immer nur relativ, das heißt eine Vergleichung einer Vorstellung mit anderen, und zwar nur in jener einseitigen Rücksicht auf Größe ist, so wird auch dieses nicht die Auskunft sein, die wir hauptsächlich suchen. Blicken wir endlich auf das weite, in viele Felder geteilte Gebiet der Naturwissenschaft, so können wir zu Förderst zwei Hauptabteilungen derselben unterscheiden. Sie ist entweder Beschreibung von Gestalten, welche ich Morphologie, oder Erklärung der Veränderungen, welche ich Äthiologie nenne. Erstere betrachtet die bleibenden Formen. Letztere die wandelnde Materie. Nach den Gesetzen ihres Übergangs aus einer Form in die andere. Erstere ist das, was man, wenn gleich uneigentlich, Naturgeschichte nennt. In seinem ganzen Umfange. Besonders als Botanik und Zoologie lehrt sie uns, die verschiedenen, beim unaufhörlichen Wechsel der Individuen bleibenden, organischen und dadurch festbestimmten Gestalten kennen, welche einen großen Teil des Inhalts der anschaulichen Vorstellung ausmachen. Sie werden von ihr klassifiziert, gesondert, vereinigt, nach natürlichen und künstlichen Systemen geordnet, unter Begriffe gebracht, welche eine Übersicht und Kenntnis aller möglich machen. Es wird ferner auch eine durch alle gehende, unendlich nuancierte Analogie derselben im Ganzen und in den Teilen nachgewiesen. Unité de plan. Vermöge, welcher sie sehr mannigfaltigen Variationen auf ein nicht mitgegebenes Thema gleichen. Der Übergang der Materie in jene Gestalten, das heißt, die Entstehung der Individuen, ist kein Hauptteil der Betrachtung. Da jedes Individuum aus dem im Gleichen durch Zeugung hervorgeht, welche, überall gleich geheimnisvoll, sich bis jetzt der deutlichen Erkenntnis entzieht. Das Wenige aber, was man davon weiß, findet seine Stelle in der Physiologie, die schon der äthiologischen Naturwissenschaft angehört. Zu dieser neigt sich auch schon die der Hauptsache nach zur Morphologie gehörende Mineralogie hin, besonders da, wo sie Geologie wird. Eigentliche Äthiologie sind nun alle die Zweige der Naturwissenschaft, welchen die Erkenntnis der Ursache und Wirkung überall die Hauptsache ist. Diese lehren, wie gemäß einer unfehlbaren Regel auf einen Zustand der Materie notwendig ein bestimmter anderer folgt. Wie eine bestimmte Veränderung notwendig eine andere bestimmte bedingt und herbeiführt. Welche Nachweisung Erklärung genannt wird. Hier finden wir nun hauptsächlich Mechanik, Physik, Chemie, Physiologie. Wenn wir uns aber ihrer Belehrung hingeben, so werden wir bald gewahr, dass die Auskunft, welche wir hauptsächlich suchen, uns von der Äthiologie so wenig als von der Morphologie zuteil wird. Diese Letztere führt uns unzählige, unendlich mannigfaltige und doch durch eine unverkennbare Familienähnlichkeit verwandte Gestalten vor. Für uns Vorstellungen, die auf diesem Wege uns ewig fremd bleiben und, wenn bloß so betrachtet, gleich unverstandenen Hieroglyphen vor uns stehen. Die Äthiologie hingegen lehrt uns, dass, nach dem Gesetze von Ursach und Wirkung, dieser bestimmte Zustand der Materie jenen anderen herbeiführt. Und damit hat sie ihn erklärt und das Ehrige getan. Indessen tut sie im Grunde nichts weiter, als dass sie die gesetzmäßige Ordnung, nach der die Zustände in Raum und Zeit eintreten, nachweist und für alle Fälle lehrt, welche Erscheinung zu dieser Zeit an diesem Orte notwendig eintreten muss. Sie bestimmt ihnen also ihre Stelle in Raum und Zeit, nach einem Gesetz, dessen bestimmten Inhalt die Erfahrung gelehrt hat, dessen allgemeine Form und Notwendigkeit jedoch, unabhängig von ihr, uns bewusst ist. Über das innere Wesen irgendeiner jener Erscheinungen erhalten wir dadurch aber nicht den mindesten Aufschluss. Dieses wird Naturkraft genannt und liegt außerhalb des Gebiets der äthiologischen Erklärung, welche die unwandelbare Konstanz des Eintritts der Äußerung einer solchen Kraft, so oft die ihr bekannten Bedingungen dazu da sind, Naturgesetz nennt. Dieses Naturgesetz, diese Bedingungen, dieser Eintritt in Bezug auf bestimmten Ort zu bestimmter Zeit sind aber alles, was sie weiß und je wissen kann. Die Kraft selbst, die sich äußert, das innere Wesen der nach jenen Gesetzen eintretenden Erscheinungen, bleibt ihr ewig ein Geheimnis, ein ganz fremdes und unbekanntes, sowohl bei der einfachsten wie bei der kompliziertesten Erscheinung. Denn, wiewohl die Äthiologie bis jetzt ihren Zweck am vollkommensten in der Mechanik, am unvollkommensten in der Physiologie erreicht hat, so ist doch dennoch die Kraft, Vermöge, welche ein Stein zur Erde fällt, oder ein Körper den anderen fortstößt, ihrem inneren Wesen nach, uns nicht minder fremd und geheimnisvoll als die, welche die Bewegungen und das Wachstum eines Tieres hervorbringt. Die Mechanik setzt Materie, Schwere, Undurchdringlichkeit, Mitteilbarkeit der Bewegung, Durchstoß, Starrheit und so weiter als unergründlich voraus. Nennt sie Naturkräfte, ihr notwendiges und regelmäßiges Erscheinen unter gewissen Bedingungen Naturgesetz. Und danach erst fängt sie ihre Erklärung an, welche darin besteht, dass sie treu und mathematisch genau angibt, wie, wo, wann jede Kraft sich äußert, und dass sie jede ihr vorkommende Erscheinung auf eine jener Kräfte zurückführt. Ebenso machen es Physik, Chemie, Physiologie in ihrem Gebiet, nur, dass sie noch viel mehr voraussitzen und weniger leisten. Demzufolge wäre auch die vollkommenste äthiologische Erklärung der gesamten Natur eigentlich nie mehr als ein Verzeichnis der unerklärlichen Kräfte und eine sichere Angabe der Regel, nach welcher die Erscheinungen derselben in Zeit und Raum eintreten, sich succédieren, einander Platz machen. Aber das innere Wesen der also erscheinenden Kräfte müsste sie, weil das Gesetz, dem sie folgt, nicht dahin führt, stets unerklärt lassen und bei der Erscheinung und deren Ordnung stehen bleiben. Sie wäre insofern dem Durchschnitt eines Marmors zu vergleichen, welcher vielerlei Adern nebeneinander zeigt, nicht aber den Lauf jener Adern im Innern des Marmors bis zu jener Fläche erkennen lässt. Oder, wenn ich mir ein scherzhaftes Gleichnis, weil es frappanter ist, erlauben darf, bei der vollendeten Äthiologie der ganzen Natur müsste dem philosophischen Forscher doch immer so zumute sein, wie jemandem, der, er wüsste gar nicht wie, in eine ihm gänzlich unbekannte Gesellschaft geraten wäre, von deren Mitgliedern, der Reihe nach, ihm immer eines, das andere als seinen Freund und Vetter präsentierte und so hinlänglich bekannt machte. Er selbst aber hätte unterdessen, indem er jedes Mal sich über dem Präsentierten zu freuen versicherte, stets die Frage auf den Lippen, »Aber wie Teufel komme ich denn zu der ganzen Gesellschaft?« »Ja, also, auch die Äthiologie kann uns nimmermehr über jene Erscheinungen, welche wir nur als unsere Vorstellungen kennen, den erwünschten, uns hierüber hinausführenden Aufschluss geben. Denn nach allen ihren Erklärungen stehen sie noch als bloße Vorstellungen, deren Bedeutung wir nicht verstehen, völlig fremd vor uns. Die ursächliche Verknüpfung gibt bloß die Regel und relative Ordnung ihres Eintritts in Raum und Zeit an, lehrt uns aber das, was also eintritt, nicht näher kennen. Zudem hat das Gesetz der Kausalität selbst nur Gültigkeit für Vorstellungen, für Objekte einer bestimmten Klasse, unter deren Voraussetzung es allein Bedeutung hat. Es ist also, wie diese Objekte selbst, immer nur in Beziehung auf das Subjekt, also bedingterweise da. Weshalb es auch ebenso wohl, wenn man vom Subjekt ausgeht, das heißt a priori, als wenn man vom Objekt ausgeht, das heißt a posteriori erkannt wird, wie eben Kant uns gelehrt hat. Was aber uns jetzt zum Forschen antreibt, ist eben, dass es uns nicht genügt, zu wissen, dass wir Vorstellungen haben, dass sie solche und solche sind und nach diesen und jenen Gesetzen, deren allgemeiner Ausdruck allemal der Satz vom Grunde ist, zusammenhängen. Wir wollen die Bedeutung und was so dann dieses sei. So viel ist gleich gewiss, dass dieses Nachgefragte etwas von der Vorstellung völlig und seinem ganzen Wesen nach Grundverschiedenes sein muss, dem daher auch ihre Formen und ihre Gesetze völlig fremd sein müssen. Dass man daher von der Vorstellung aus zu ihm nicht am Leitfaden derjenigen Gesetze gelangen kann, die nur Objekte, Vorstellungen untereinander verbinden, welches die Gestaltungen des Satzes vom Grunde sind. Wir sehen schon hier, dass von außen dem Wesen der Dinge nimmermehr beizukommen ist. Wie immer man auch forschen mag, so gewinnt man nichts als Bilder und Namen. Man gleicht einem, der um ein Schloss herumgeht, vergeblich einen Eingang suchend und einstweilen die Fassaden skizzierend. Und doch ist dies der Weg, den alle Philosophen vor mir gegangen sind. Der Paragraf 17 in Nucce Die Naturwissenschaft lässt sich in zwei Hauptabteilungen unterteilen. In die Morphologie und in die Äthiologie. Die Morphologie betrachtet die bleibenden Formen. Die Äthiologie die wandelnde Materie. Über das innere Wesen irgendeiner Erscheinung erhalten wir durch sie aber nicht den mindesten Aufschluss. Auch die Äthiologie kann uns über die Erscheinungen, welche wir nur als unsere Vorstellungen kennen, nicht den erwünschten, uns hierüber hinausführenden Aufschluss geben. Denn nach allen ihren Erklärungen stehen sie noch als bloße Vorstellungen, deren Bedeutung wir nicht verstehen, völlig fremd vor uns. Was uns aber zum Forschen antreibt, ist, dass es uns nicht genügt, zu wissen, dass wir Vorstellungen haben. Wir wollen die Bedeutung jener Vorstellung wissen. Wir fragen, ob diese Welt nichts weiter als Vorstellung sei. Wenn dem nicht so ist, dann muss das, wonach wir forschen, etwas von der Vorstellung völlig und seinem ganzen Wesen nach Grundverschiedenes sein. Untertitelung des ZDF, 2020